Hi und herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen, kurzen Infovideo. Ich will es ganz schnell machen, es soll kein langes Video werden, es soll ein ziemlich, ziemlich kurzes Video werden. Eigentlich hatte ich heute vor, einen Vlog zu machen, aber das Ganze hat dann so nicht ganz gepasst, beziehungsweise er ist letztendlich halt einfach nicht so geworden, wie ich das Ganze wollte. Deswegen gibt es heute ein ganz Infovideo, weil ich euch eh noch ein paar Sachen geben wollte, die... Ja? Du bist gerade live in meinem Video, du rufst gerade während meiner Aufnahme an. Ich grüße die Frau *** und die Frau *** und ihre ***. Gut, ich verbiebe schon die Namen, aber Grüße gehen wir raus. Ja gut, das sind halt immer diese Leute, die dich stören, während du ein Video aufnimmst. Aber da ist in diesem Video eher weniger um störende Luise, die sich die ganze Zeit anrufen gehen soll, machen wir jetzt einfach weiter. Ich hatte euch ja in einem Vlog vor circa ein oder zwei Monaten schon mal was von Q&A erzählt. Bin aber irgendwie nie dazu gekommen, das zu machen, hab auch dazu kein extra Video gemacht. Das heißt, viele Leute haben das überhaupt nicht gesehen gehabt. Und ich hab dann letztendlich auch nicht so viele Kommentare dazu bekommen, so viele Fragen kamen da letztendlich auch nicht. Und deswegen wollte ich euch jetzt nochmal hier fragen, ob ihr auf sowas Bock hättet. Ob ihr vielleicht auch Bock hättet auf so eine wöchentliche oder eher monatliche Serie, sag ich jetzt mal, einfach ein Format, was dann eben jeden Monat zum Beispiel kommen würde, wo ich einfach Fragen, die über den kompletten Monat zusammengekommen sind, beantworte. Es würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn da ein bisschen was zusammenkommen würde. Und ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dann das Ganze finden würdet, wenn wir daraus so eine kleine Serie machen. Kommentare, die keine Fragen beinhalten, bitte nicht unter dieses Video, denn dann wird es einfach ein bisschen verwirren. Dann kommt alles wieder zusammen und dann muss ich wieder hier die Fragen raussuchen. Und das heißt... Jetzt will ich mich wohl wie schon wieder. Das heißt, ich bin komplett verplant und eigentlich wollte ich in diesem Video auch nicht wirklich viel mehr sagen. Vielleicht seht ihr jetzt noch ein paar Sondermessics. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, die alle reinzuschneiden, beziehungsweise die überhaupt mal zu schneiden. Ich bin mir vergraben, hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao.